Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir Season-Aufträge, auf jeden Fall Aufgaben-Aufträge von Season-Aufträgen. Phase 1 von 2, erhalte dein nächstes Ziel in Lock, Jam, Lumbery, Yard. Einmal 25-Titel-Experate auf der Karte, ganz genau hier. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich! Ja Leute, ihr müsst auf jeden Fall hier einfach nur landen. Habt ihr auf jeden Fall den Auftrag schon abgeflossen. Und die zweite Phase ist auf jeden Fall, sammeln Messwerte von Seismographen im Verlauf eines Matches. Drei Stilzummen, äh, 20.000 XP sind mal alle markiert. Und dann sehen wir uns gleich bei den ersten auf. Ja Leute, hier ist auf jeden Fall das erste Seismographen-Messwerte einsammeln. So, zack, eingesammelt. Auf der Karte bin ich auf jeden Fall ganz genau hier. Leute, äh, auf jeden Fall, Leute, ich sollte euch einen Tipp geben. Also, äh, wenn ihr stirbt, äh, dann müsst ihr das noch einmal machen. Also, ihr müsst wieder dorthin das einsammeln und danach die drei, äh, einsammeln. Also, äh, nur einen kleinen Tipp. Ja Leute, jetzt müssen wir das noch einmal einsammeln. So, zack, eingesammelt. Auf der Karte habe ich das auf jeden Fall ganz genau hier eingesammelt. Jetzt müssen wir zum zweiten hingehen und das ist direkt hier, Leute. Ähm, so Leute, zweite Seismographen. So, zack, einsammeln und gehen wir direkt, äh, zu dem dritten Ort und zwar ganz genau hier, Leute. Ja Leute, hier ist das dritte Seismographen. Zack, einsammeln, Auftrag abgeschlossen. Zweifahren, erste Phase und die zweite Phase abgeschlossen. Rutsche ohne Unterbrechung 25 Meter weit. Einmal 25 Tonnen XP. Ich empfehle euch auf jeden Fall, das bei den Bergen zu machen. Ich gehe auf jeden Fall hier hin, denn hier gibt es auf jeden Fall einen Berg. Dann rutsche ich hier auf jeden Fall runter. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind, Leute. Bis gleich. So Leute, ihr seht schon, ich bin beim Berg angekommen. Hier ist auf jeden Fall ein Gegner, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können hier einfach runterrutschen. So, zack, und auch da gucken, runterrutschen. So, zack, das waren schon mehr als 25 Meter Auftrag abgeschlossen, Leute. Und tagt unten, reist gerne in den Itemshop mein Creator-Code ein. Time-PC-Gamer würde mich auf jeden Fall super, super supporten und unterstützen. Und hüpfe fünfmal auf Spider-Mans Sprungnetzen ohne den Boden zu berühren. Einmal 25.000 XP, hier sind auf jeden Fall alle Sprungnetze markiert. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich, ich bin bei Daily Buggin. Ich habe auf jeden Fall hier die Spider-Man. Dann gehe ich aufs Netz, dann mache ich so. Dann eins, zwei, drei, vier und fünf. So, Leute, zack, das ist mein Tipp, Leute, wie ihr den Auftrag ganz easy abschließen könnt, Leute. Auf jeden Fall, ihr braucht auf jeden Fall hier die Spider-Man-Snetzschießer. Sprich mit Guaco, Bunker-Jonesy und Kuschelbeauftragter. Also dreimal, also ein, zwei, drei, 25.000 XP. Und auf jeden Fall, wir sehen uns gleich in einer Runde. Ich habe in meiner Videobeschreibung auf jeden Fall eine Webseite gemacht, wo ihr auf jeden Fall alle Aufträge sehen könnt, wo zum Beispiel die Juwelenfragmente sind, wo alle Charaktere sind. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich. Wir sind hier auf jeden Fall in Two-Jonesy. Auf jeden Fall, er ist hier vorne. So, zack, er ist hier vorne auf jeden Fall. Und jetzt schießen mich alle an. So, zack, Bunker-Jonesy. Hallo, einmal mit ihnen sprechen. Dann habt ihr auch schon eins von drei. Und dann sehen wir uns bei dem zweiten Charakter. Ja, Leute, ich bin hier auf jeden Fall bei Guaco auf der Karte bei Greasy Groove. Ganz genau. Hier, so, zack, er steht hier immer im Restaurant. Und zack, einfach sprechen, zwei von drei. Und dann sehen wir uns bei dem dritten Charakter. Leute, hier ist auf jeden Fall Kuschelbeauftragter. Einmal mit ihr reden. So, zack, drei von drei. Auf der Karte ist sie ganz genau. Hier bei Camp Cuddle, beim pinken Haus, die Cheater immer. Leute, und Auftrag abgeschlossen. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen habt. Lasst gerne einen Like, lautet gerne an meinen Kanal. Das ist gelockt, die ich keine Videos mehr verpasst. Und ich sage, dass ich euch aus dem Video. Und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020